Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und C.F. Quack, quack hier und quack, quack da und quack, quack hier und quack, quack da. Quark, 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 die Folge war Quark. Achso, ich dachte, das ist dein Essenswunsch für heute. Ja, du hast dir eine Folge rausgesucht von Löwenzahn, das ist einfach nur, um mich zu ärgern, um mich zu trollen. Das würdest du ja nie tun. Nie, ich versuche immer, die Crème de la Crème der Folgen rauszusuchen. Ein Goldfisch ist nicht gerne alleine. Ja, 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 1983 ist mein Lieblingsjahrgang, aber ein Goldfisch ist nicht gerne alleine, C.F. Ja, was möchtest du sagen? Das ist eine schöne Trude-Folge, freut mich. Ja, das war der einzige Grund, warum ich das ausgesucht habe, nichts anderes, gar nichts. Und Hans-Werner Olm ist auch immer eine Augenweide, alles in Ordnung. Den erkennst du doch null, oder? Wenn du das nicht liest. Ja, wenn man es nicht weiß, da achtet man nicht so drauf. Er spielt ja sonst auch gerne so alberne Rollen und so. Ja, das wollte ich nicht fragen. Wo ist denn Hans-Werner Olm 83 gewesen? In den 90ern kennt man, dass er hier Olm, hieß die Show einfach nur Olm oder irgendwie so was? Ja, der hat früher sehr viel so Comedy gemacht, so diese klassische Komik, diese Hallervorden-Comik-Sachen. Aber nie was Eigenes, hat sich immer nur irgendwo dazugestellt oder wie? Wo ich ihn so wahrnehme, ist er immer irgendwo mit dabei, ja. Und wahrscheinlich ist er auch auf Bühnen aufgetreten, das weiß ich nicht so genau. Aber ich kenne ihn halt hauptsächlich von so anderen alten Kindersendungen. Es gibt eigentlich keine, wo er nicht schon mindestens 20 Mal aufgetreten ist. Und auch öfters musikalisch. Und auch immer ein bisschen albern. Das muss ich aber sagen, musikalisch kann der ja was. Also ich finde das immer toll, wie er da irgendwelche Liedtexte dichtet, die dann auf die Situation angepasst sind. Das hat er in dieser RTL-Sendung Olm ja auch ganz gerne gemacht. Bis dann irgendwann Luise Koschinski kam und dann war ich raus. Was mir gut gefallen hat, ist, wenn er so mit so einer kleinen Gitarre oder Ukulele auf die Leute zugelaufen ist und irgendwas gedichtet hat. Genau, genau. Der reine Macher vom Herrenklo war einmal traurig und einmal froh, weil er zwar eine Menge Geld kassiert, doch sein Geruchssinn ist ruiniert. Hat er einfach zu dem Klotypen gesungen. Das ist großartig. Das ist ganz witzig, ja. Also da können wir uns eigentlich nochmal auf Amazon, die alte Serie da noch von RTL, ich glaube da gab es DVD zu, ja, ja. Da müsste man sich eigentlich nochmal reintun, weil diese Clips, wo er so auf Passanten zuläuft, das ist noch besser als Raab eigentlich. Ja, ja. Und das muss ja, also es ist ja wirklich situationsgeschuldet. Das heißt, das dichtet er sich, denkt er sich ganz kurz vorher aus, nimmt eine Melodie und geht dann dahin. Das ist großartig. Ja. Gut. Also dann haben wir auch alles erwähnt, was man Positives für Hans-Werner-Eum sagen kann. Jetzt kommen wir halt zu der Folge. Was ich hier real sagen kann, so viel ist, ist der jetzt auch nicht präsent. Ja, ich habe ihn zuletzt gesehen, ich glaube es war bei der Supernasenshow, als RTL vor ein paar Monaten hier dieses Jubiläum hatte von den Supernasen, von Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Und da war er auch auf der Bühne. Und da habe ich noch gedacht, oh Mensch, den habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen, der Wikipedia-Artikel ist über sein Leben, aber auch sehr klein, was er gemacht hat. Ja, das geht wirklich schon Jahrzehnte, aber über den weiß man nicht viel. Das ist halt auch so ein, wie soll man sogar in der Comedy-Szene, ja, schon Nischensparte, ist der auch schon eher so C, D, irgendwas. Ja, aber trotzdem, dadurch, dass er schon so lange dabei ist, hat er auch irgendwie, glaube ich, viele Kontakte und kennt jeder irgendwie doch. Ja, genau, genau. Also sein Handy ist wahrscheinlich voll von Kontakten zu allem. Man könnte sagen, ich rufe jetzt gleich Thomas Gottschalk an und so, aber. Also das musst du mir überlegen, seit bestimmt 50 Jahren im Business. Kann hinkommen, ja, wir gucken mal hier. 76 ist das erste, ach, Tonträger, ja stimmt, Musiker. 76, ach du meinst. Ja. Ja, und dann muss man es mit Luise Kuschinski alles, alles, alles. Ja, das war wirklich nicht gut. Ein Reusen. Also das hatten wir sowas, nee, das war nicht gut. Dann sind wir uns ja einig. Aber heute geht es ja gar nicht um Olm. Ja, doch auch. Ja, er kommt kurz vor, aber du erkennst ihn ja null. Er könnte ja einfach irgendwer sein. Ja. Genau, es geht um die Folge Ein Goldfisch ist nicht gern allein. Staffel 2, Folge 10, eine der frühen Folgen, die hast du dir gewünscht wegen dem Lied oder wegen des Liedes. Wir werden das nachher herausfinden. Ich habe den Pressetext hier vorbereitet, hätte ich fast vergessen eben kurz vor der Aufnahme. Aber wir haben noch nie oder selten so kurzfristig aufgenommen wie dieses Mal, weil wir so super busy geworden sind in der heutigen Welt. Also, ja. Das ist nicht meine Schuld. Nee, das ist in diesem Fall nicht deine Schuld. Du hast dich wirklich angeboten. Das ziehe ich mir gar nicht an den Schuh. Gar nicht. Ja, ich habe ihn natürlich schon seit einer Woche hier liegen und ich würde sagen, Peter bemüht sich sehr, seinen Goldfisch ein gemütliches Heim zu schaffen. Weder das trockene Fischfutter noch die kleinen Spielzeughäuschen scheinen dem Fisch zu behagen. Die Suche nach natürlichem Futter und nach Spielgefährten wird zu einem kleinen Abenteuer. Denn wo findet man noch gesundes, das heißt lebendiges Wasser? Endlich entdeckt er einen verträumten, versteckten Teich, aber Peter ist nicht der Einzige. Und dann sind da noch die singenden Frösche im Frack. Peter beschließt, dass ein Goldfisch besseres als ein einsames Aquarium verdient. Und dann sind da noch die singenden Frösche im Frack. Sehr schön. Im Frack mit F geschrieben. Also, die gehen nicht gerade unter, auch wenn das auch noch vorkommt, sondern in einem Anzug. Im Frack. Ist auch ein Wort, das schon wieder ausgestorben ist, glaube ich, oder? Frack sagt man auch ganz selten, ne? Denn ein Frack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Komm, wir gehen den Bach runter. Natürlich kennt Julian Lied, aber diesmal ist er ein bisschen aktueller. Alli Alligator. Ja, das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet. Doch, Alligator habe ich viel. Okay, ich dachte, als du anstimmst, oh, jetzt wieder so ein 70er, 80er Jahre Lied. Nee, ist ja voll. Nee, Alligator kenne ich einige Songs, auch einige auswählen. Mein Lieblingslied ist Problem mit Alkohol. Das ist mein absolutes Lieblingslied von Alligator. Kenne ich so viele, aber hört euch das mal an. Ja, ich habe ein Lieblingslied mit Alkohol. Ist das einer der Neuere oder der Älteren? Nee, der Neuere. Okay, dann kenne ich sie natürlich nicht. Da bin ich so ganz konservativ. Wieso, der war doch früher noch bei Rappers in und VBT und so ein Scheiß und jetzt macht er voll die Kommerzmusik. Was soll denn das? Früher hat er noch richtig Compilations gemacht mit den Großen von damals. Schlaftabletten Rotwein. Bestes Album, danach kam nur noch Scheiße. Okay, Entschuldigung. Oh, das sieht doch gut aus. Ich habe so früher sehr viel verfolgt, ja. Melodie. Okay. Ja gut, das war auch schon ein bisschen neu, ja. Das muss so 2013 gewesen sein. Ja, ja, genau. Triebwerke. Kann hinkommen, ja. Ja, herzlich willkommen zum Alligator-Fan-Podcast. Da brauchen wir, wenn wir sowas mal machen, dann haben wir nur einen absoluten Traumwunschgast, den wir mal einladen müssen, ihn selber. Ich glaube, er ist erreichbar. Das ist nicht unmöglich. Kann sein. Das weiß ich nicht so genau. Ja, Peter, wollte ich schon sagen, wie hat dir die Folge gefallen? Wir fangen jetzt an und zwar geht es erstmal immer der Nase nach. Wir fahren, wir fahren immer der Nase nach. Irgendwie muss es anfangen. Peter ist auf einem Fahrrad und finde das, was man nicht erwartet, ein Goldfisch in einer Tüte im Wasser. Wer kennt es nicht, auf diesem Drahtesel voll verbogenem Korb, dass er sich anscheinend irgendwo mitgegenossen hat. Ja, wirklich schief. Es ist krumm und schief. Das Rad ist halt auch echt, auch schon so ein bisschen Rost vorne, oder? Hat das überhaupt richtige Griffe, also so Gummi an den Griffen oder ist das einfach lose? Das ist ein bisschen olle, das Ding. Wir finden auf einer Parkbank, ja, also was findet man da so? Man kann mal ein Portemonnaie verlieren. Man kann mal irgendwie Taschentücher da liegen lassen. Ja, irgendwas. Aber ein Goldfisch im Plastik. Den muss da jemand vergessen haben. Da muss jemand vorher zum Zoogeschäft und hat den dann so mitgenommen und muss dem Zoogeschäft-Verkäufer auch glaubhaft versichert haben, dass er zu Hause ein Aquarium hat. Ich wollte sowas ja auch schon mal machen. Hat ja nicht geklappt. Wurde mir nicht verkauft, habe ich schon in diversen Podcasts mal erzählt, wegen Tierquälerei. Also hier hat das funktioniert, aber das ist natürlich blöd. Oder jemand wollte sein Haustier aussetzen. Okay, dann frage ich natürlich, vor allem wenn du eine Plastiktüte aussetzt. Wäre doch besser, dass du an der Autobahnraststätte diesen Beutel anbinden oder so. Ey, weißt du was? Mein Vater hatte früher auch ein Aquarium. Ja. Und dann sind die irgendwann umgezogen. Das muss so 2008 gewesen sein. Da hat er mir angeboten, ob ich das haben will. Dann habe ich dann aber abgelehnt wegen Versicherungen und Scheiße. War mir dann doch irgendwie zu groß und zu klobig und zu schwer. Der hatte ein ziemlich großes Aquarium. Und der hat dann seine Fische in der Toilette runtergespült. Oh nein. Ich hatte es nicht. 15 Jahre her. Ja, hätte ich das dann später erzählt. Da hätte man ihn doch noch retten sollen. Boah, Alter. Stell dir mal vor, der bleibt so im U-Rohr hängen, verendet dort. Und irgendwann kommt da wieder irgendein Rückschwall wieder hoch im Klo. Boah, das ist so schlimm. Ja, wobei, ich war vor ein paar Monaten bei einem Freund in Berlin. Der hat auch ein großes Aquarium. Und da sind sehr viele Fische drin. Und dann auch so eine klassische Frage, die ich dann gestellt habe, ist ja, da ist der nicht immer mal so ein Fisch mal tot? Sagt er, ja, ab und zu schwimmt da mal einer. Da muss man den halt dann entsorgen. Ich denke, das ist auch irgendwie ein bisschen gruselig. Dass manche Fische sind plötzlich tot oder manche, ja, manche hat man auch irgendwie lange nicht mehr gesehen. Sagt er, er hat immer so ein paar kleine. Der weiß ja gar nicht, wo die sind und so. Ganz komisch. Ich bekomme heute noch ein paar Mal zu Angelthemen, weil ich hatte ja eine Anglervergangenheit. Mein Vater ist großer Angler und als Kind immer mitgegangen. Und er hatte auch mal so Fische, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Also ein paar Fische, einmal dann einfach so, im Prinzip so kleine Köderfische, sollte man gar nicht mitnehmen, ins Aquarium. Nee, nicht ins Aquarium, so ein Teich. Da kannst du ja auch in die Wohnung stellen, so einen kleinen Plastikbottich. Und die sind nachts rausgesprungen und sind dann auf einmal so, bist du am Morgen aufgewacht, lagen drei tote Fische vor der Badezimmertür. Auch nett, auch nett. Ja, es ist irgendwie so ein Fisch, ein bisschen was Gruseliges haben sie auch. Ja, vor allem haben sie ja immer noch so Restnerven. Wenn ihr anfasst, dann bewegen die sich einfach noch, sind aber schon längst tot. Ja, ja gut, genau, die zucken nach. Entschuldigung, was wolltest du sagen? So wie auch Leichen auch gerne noch eine Erektion haben. Oder sich in die Hose machen. Ja, genau. Was macht man, wenn man so einen Fisch fängt? In so einem, auf der Parkbank. Man fährt natürlich erstmal in einen Fahrradladen. Ich habe aber noch eine Frage, weil du auch schon gerade Tierquälerei sagtest. Du sagst jetzt, im Zoogeschäft werden die so ausgeben. Ich kenne diese Plastiktüten. Wenn du so auf dem Jahrmarkt, hier ist dein Gewinn, ein Fisch. Und dann gehst du anstatt mit einem großen Stofftier mit so einem scheiß Plastikbeutel mit Fisch in der Sonne durch. Das ist ja zum Glück, also ich denke mal, das ist sowas von verboten. Das gibt es doch nicht mehr. Aber ist das hier gang und gäbe im Zoogeschäft noch mit so einem Plastikbeutel? Das glaube ich nicht. Ich finde das nämlich so abschreckend anzugucken. Ganz schlimm. Also wie wird denn heute ein Fisch transportiert? Das wird uns bestimmt irgendwann mal irgendein Hörer sagen können oder eine Hörerin. Das ist auch möglich. Wer weiß, ich gehe mal an, dass das vielleicht noch so gemacht wird. Ich wüsste jetzt keine andere Möglichkeit. Also Plastikbottich ist glaube ich zu teuer. Wahrscheinlich ist das noch so. Muss natürlich vorsichtig laufen. Ja, es ist ja... Nicht hinfallen. Ja, ja, genau, das ist es ja. Nicht verwechseln mit der Wasserbombe des Kindes. Ja, ja, gut. Es hat natürlich eine begrenzte Lebensdauer in dieser Plastiktüte. Der Sauerstoff ist irgendwann... Ja, na klar, es ist ja auch für den Transport gedacht. Ja, aber ich... Ich meine, wenn du einen Wellensittig kaufst, dann kriegst du ihn in einer kleinen Schachtel. Ich meine, das hat auch nur eine begrenzte Lebensdauer. Ich weiß aber, weißt du, dem Tier erkenne ich irgendwann, es hat Hunger. Der Fisch sagt irgendwann Sauerstoff, alle tschüss. Da steht kein Timer dran oder sowas. Ach so meinst du, ist das so... Ja gut, klar. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau. Vielleicht kann der aber sehr lange... Was wir hier direkt als erstes lernen, ist ja, dass da Sauerstoff drin ist, damit der Fisch atmen kann. Selbst wenn man das nicht so genau sieht, ein bisschen wird immer drin sein. Aber Peter sagt auch, naja, hier wird der Sauerstoff langsam knapp. Ja. Und das ist, weiß ich nicht, fühle ich ihn nicht. Okay, wir gehen in einen Radladen. Dann vollkommen richtig. Mit dem Fisch gehst du im Radladen. Natürlich in Trudes Radladen. Radhaus. Ins Radhaus, genau. Mit dem Gummischlauchautomat davor. Wir wollen natürlich jetzt hier fachkundige Meinung holen. Peter geht zu Trude. Und sie sagt, ja, pass mal auf. Wir geben dem erstmal einen Eimer. Aber dieses Wasser, das ist auch hart. Und das ist auch voller Chlor. Und ist jetzt auch nicht so das Richtige. Aber Peter kippt doch einfach trotzdem mal rein. Also, ich kenne mich nicht viel mit Fischen aus, aber ich glaube, das soll man nicht tun. Man soll eigentlich den Beutel erstmal ins Wasser legen, damit sich die Temperatur angleicht. Und nicht den Fisch einfach umkippen ins nächste Wasser. Ja, wahrscheinlich könnte man ja alles besser machen. Allerdings muss man sagen, Trude weiß, wovon sie spricht. Sie hat nämlich ein Buch vorbereitet. Ein Fischbestimmungsbuch, ja. Und das hat Peter wahrscheinlich dann von ihr irgendwann abgeguckt. Er sagt, ich brauche für alles Bücher. Ich brauche für alles Bücher, immer griffbereit, sofort einsatzbereit, ja. Und da kann man dann entsprechend nachgucken. Ich muss sagen, Fische, ich finde Fische immer so ein bisschen spannend. Ja. Aber ich möchte trotzdem keine haben. Fische in Aquarien sind so perfekt, wenn du mal in Hotels gehst oder jemand einen hat. Und dann guckst du mal an und dann denkst du dir, ja, das reicht dann auch. Danke. Und dann gucken wir auch gerne rein. Ja, und vor allem, das ist ja auch wirklich eine wahnsinnige Arbeit, diese Dinger sauber zu machen. Ja, ja, ja. Also will man halt einfach nicht. Finde es auch super spannend. Ich würde mir halt nicht so einen großen Glaskasten hier hinstellen wollen. Habe mir natürlich mehrfach schon überlegt, für die Katzen wäre das natürlich richtig schön anzusehen. Aber was ist, wenn die mal irgendwie denken, kann ich meine Pfote da reinstecken? Oder kann ich irgendwas mit diesem Aquarium machen? Der Albtraum, ein Aquarium, das ausläuft in der Wohnung. Oh Gott, ja. Alter. Das ist ein Wasserschaden, das ist wirklich nicht schön. Ja, ja, ja. Da kannst du auch so schnell nicht mit dem Lappen. Wenn das ausläuft, da kannst du doch daneben stehen und das einfach so genießen, weil du weißt, das ist ein Moment, den wirst du dich in dein Leben lang dran erinnern. Jetzt bist du in dem Moment drin. Du kannst da gar nichts ändern mehr. Du kannst Fische retten, aber ansonsten, Fischmum kannst du stehen lassen. Da müssen wir eigentlich noch mal ganz kurz über das Aquarium sprechen, was da geplatzt ist in Berlin letztes Jahr. Ach, das Aquadom, ne? Wie ist das? Genau. Da war ich auch drin 2018, 2019. Sogar auch in dem, so richtig hochgefahren. Da drin war ja so ein Fahrstuhl. Da konntest du quasi im Aquarium fahren. Und da ist es ja so, dass da, weil als das dann geplatzt ist, ist ja irgendwie ganz früh morgens passiert. Da ist kein Mensch umgekommen, aber alle Fische. Na, das ist klar. Und das wird jetzt auch nicht neu aufgebaut, habe ich gelesen. Du warst da schon? Ja, ja, genau. Ja, das ist ganz zentral in Berlin. Das ist so vieles wie, ja gut, ich habe ja Berlin erst seit 2016 war ich zum ersten Mal in Berlin. Ja, ich bin 89er Baujahr. Ich dachte immer so, ach so, ja, das gibt es anscheinend. Okay, man erfährt von manchen Sachen halt wirklich erst, wenn sie in den Medien sind. Ja, ich glaube, das ist in so einem Hotel drin gewesen. Ja. Jetzt bin ich Experte, ja. Und das war dann schon eine tolle Sache. Witzig ist auch, dass ja damit überhaupt nicht gerechnet wurde, dass der Experte da wohl, es gab jetzt, als es geplatzt ist, konnte man ja so ein paar Interviews von der Öffnung sehen und da sagt dann irgendein Architekt, ja, das kann nicht explodieren. Ja, die Titanic, die kann gar nicht sinken, die ist unsinkbar. Ja, naja, gut. Also ja, ich habe davon natürlich jetzt viel mitbekommen, auch die Kommentare dazu und sagen ja alle, also es gibt so einige, die sagen, hoffentlich bauen sie es wieder auf. Und die kriegen einen Shitstorm von Leuten, die sagen, nein, nie wieder soll sowas existieren. Lieber freier Lebensraum, was soll der Scheiß? Naja, es ist ja auch tatsächlich, wenn sowas explodiert, fernab von den Fischen ja auch für die Menschen wahnsinnig gefährlich. Das war ja ein großes Glück, dass da keiner dabei war oder direkt daneben stand einfach. Auch großartige Kommentare. Man hat ja gesehen, irgendwie so ein paar Monate später lagen da noch die Trümmer rum und auch die Kommentare darunter, ja, das ist wieder typisch Deutschland. In jedem anderen Land wäre da schon längst wieder abgeräumt. Ja, abgeräumt, ja. Und dann, ja, Leute, also in jedem anderen Land stürzen aber auch die Häuser sofort ein. Hier fragt man sich erstmal, ist die Statik des Gebäudes überhaupt noch sicher? Genau, woran das dauert ja hier nicht, wenn du das rausgefasst hast. Ja, stimmt, genau. Das klingt alles mit damit zusammen. Einfach zu sagen, ja, in einem anderen Land hätte man schon einfach günstige Arbeiter hingestellt und das abgebaut. Ja, what the fuck, sei doch froh, dass du hier bist und wir uns erstmal Gedanken machen, kann das überhaupt noch so stehen? Oh Mann. Okay. Ja, sorry. Nee, diese Kommentare sind immer großartig. Okay. Gut, okay, wir machen jetzt mal einen kleinen Zeitsprung, würde ich sagen, weg von Trude, oder? Ja, nein, nicht ganz. Trude erwähnt noch ein Wort, das ich ganz interessant fand und zwar Aquarianer. Ihr Vater war Aquarianer und deswegen kennt sie sich so gut aus und deswegen hat sie ja auch so ein Aquarium, das sich Peter mitgibt. Ja, das kriegt Peter jetzt, genau. Und ich erstmal so Aquarianer. Nein, 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 das gibt es nicht. Ja, so nennen sich die Leute. Ja, gibt es, aber es gibt noch was anderes und zwar, es gibt zwei Einträge für Wikipedia. Einmal Personen, die ein Aquarium pflegen und ein fiktives Spezie aus dem Star Trek-Universum, siehe Völker und Gruppierungen im Star Trek-Universum, Hashtag Aquaria. Ach, die Trekkies, die sind doch verrückt. Aber ich dachte zumindest, vielleicht kennst du das, aber das ist nicht deine Welt. Das ist nicht, leider nicht, ich könnte mir vorstellen, das jetzt irgendwann auch mal für mich erschließe, aber da muss, das ist ein ganz, ganz, ganz anderer Kosmos als den, den ich bediene. Und da muss man wirklich auch in den 60ern anfangen bei Raumschiff Enterprise und so, das ist nicht so leicht, sich da reinzuarbeiten. Ach, das ist eine harte Nummer jetzt nochmal im Nachhinein. Dann kommt noch Voyager und Next Generation und der ganze Kram, also da, also da, und das geht sehr, sehr, sehr pappmachéartig los, wenn man da anfängt. Dann muss man natürlich auch noch die deutsche Version Raumschiff Orion angucken mit Dietmar Schönherr und so. Aber du bist gut informiert. Ja, also grob schon, aber als Kind habe ich das immer mit Star Wars verwechselt, wie glaube ich jeder. Ich glaube alle, ich glaube alle, ja. So, wir bekommen ein Aquarium mit und gehen damit jetzt zum Bauwagen und natürlich stellt man das Aquarium dahin, wo man es dann auch stehen haben will, um dann mit Wasser zu befüllen. Peter hat sich für den Ort entschieden, wo alles passiert. Da hat auch keinen Platz. Ja, okay, einfach vorm Bauwagen mitten auf die, ja, auf die, auf die Lauffläche. Wenn du aus dem Bauwagen rausgehst, dann läufst du immer gegen dieses Aquarium jetzt ab sofort. und hat so ein bisschen Deko mitgebracht. Und ich habe jetzt eine Frage, und zwar das erste, was er reinstellt. Es kann jetzt sehr großer Zufall sein, aber das sind doch die Farben seines alten Hauses, aus dem er in Folge 1 ausgezogen ist. Oh, das stimmt, ja, hast du recht. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Sowas bietet sich eigentlich an, da an Spiegel drauf zu machen. Also hat er sein Haus doch mitgenommen. Er vergisst natürlich, was der Fisch wirklich braucht. Aber das ist auch eine Sache, das Aquariums dem ja auch ein bisschen liegt, dass man ein bisschen dekorieren kann. Ja, ist schon schön, ne? Ja, ja, gerade ihr Spongebob-Fans, ihr seid wieder auch auf eure Kosten. Es gibt ja die Ananas und alles Mögliche, was man da reinstellen kann. Ananas, Tadeus Haus und Patrick Stein, das muss natürlich sein. Total toll, wäre nicht schlecht, wenn noch ein paar Pflanzen und eine Filteranlage drin ist. Aber dass man das dekorieren kann, das sowas, das finde ich dann schon cool. Ich würde halt auch einen Schwamm reinlegen, völlig sinnlos. Ja, sicher. Klar, da gibt es auch bestimmt Spongebob-Figuren, die so schwer sind, dass sie da drin stehen bleiben und die Fische nicht stört. Gibt ja bestimmt alles. Ja, die Häuser allein finde ich schon ganz gut. Wenn man so denkt, ja, die wohnen da gerade drin, der zittert gerade Gary und guckt Fernsehen. Also da bin ich auch anfällig für. Ja, das ist ja klar. Guck mal, hier in einer Folge behaupten wir, wir sind Minimalisten, keine Deko-Rounds, also schlicht wie möglich. Aber so ein Aquarium ist ja auch an der Stelle zentriert, da kannst du dann auch alles dekorieren, da kannst du immer noch mehr kleine Figürchen reinstellen und so. Ja, das ist schon so ein bisschen, ich verstehe das schon. Ah, schwierige Sache. Dann kommt Trude und seht auch, Peter, dafür habe ich das Aquarium jetzt nur wirklich nicht gegeben, was du da machst. Und hat erstmal Futter dabei, ist ja schon, also Trude hätte man schon gern als Freundin, oder? Kümmert sich ja die ganze Zeit um einen, denkt mit, kann alles, also hätte man ganz gern so eine Nachbarschaft schon. Und sie hat auch das richtige Futter dabei, denn man sieht, dass der Fisch es auch direkt isst. Ja, ja, ja. Ein bisschen geschnittene Szene, ist ja klar, aber es ist schon sehr süß gemacht. Also der Fisch futtert, es geht ihm gut, Peter glücklich, aber Peter denkt sich, ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr für meinen kleinen Fisch. Deswegen nehmen wir die komplette Anglerausrüstung, die wir sofort bereit haben mit Kescher, Sichtschutz, Laser, alles drum und dran. Und ja, komm jetzt, und jetzt kann man dann wirklich sagen, das ist ja mit Absicht gemacht vom ZDF, an einem Schild, rein zufällig, voll im Fokus, Privatbesitz betreten, verboten. Also die wollen das ja, die wollen ja sagen, guck mal, was der Peter für naiver Straftäter ist. Und da steht auch, Angel nur für Mitglieder erlaubt. Und unbefugten ist der Aufenthalt verboten. Drei Schilder. Also dreimal ist es jetzt klar geworden, dass er hier jetzt da nicht hingehen sollte. Und ich dachte, okay, dann wollen sie es, sie wollen ihn reinschicken. Nee, er geht dran vorbei. Er geht dran vorbei. Nein, er möchte das nicht. Er geht an allem Möglichen vorbei. Genau, genau. Und dann sehen wir einen kleinen Einspieler über Gewässer, über Zuchteiche und so weiter. Und einer ist mir direkt aufgefallen. Hast du ihn erkannt? Was? Also das ist ja wie Peter Schildenbach, das ist ja gar nicht meine Welt, da habe ich gar nichts erkannt. Worauf willst du hinaus? Es gibt einen Staudamm, der gezeigt wurde, das ist der Edersee. Das ist der Edersee-Staudamm. Da war ich nämlich mit Klassenfahrt. Ja gut, CF, also das kann ich nicht erkannt. Das kann ich jetzt nun wirklich nicht wissen. Also jetzt reicht es aber auch. Nur weil du in Hessen geboren bist, habe ich damit gar keinen Bezug. Wenn irgendwann mal so ein Bahnhofsplatz in Bisping gezeigt wird, dann sage ich dir auch, hast du das erkannt? Ich war damals 1993, der ja auf Klassenfahrt. Ja, okay. Du hast in deinen Klassenfahrten ja auch irgendwelche Talkshows besucht, das tut mir leid. Dass ich hier cool war. Nicht in der Grundschule. Wenn das jetzt hier irgendwie so der Rheinfall bei Schaffhausen wäre oder etwas, wo man sagt, naja. Aber der Edersee. Ja, möglicherweise ist das ein großer Ding. Großer Staudamm. Der Edersee. Meister Eder und sein Pumuckl kommt bald wieder als Neuauflage, ne? Das ist das Einzige, was er mit Edersee verbindet. Ja, vor allem finde ich das so toll, weil die die Kulissen nachgebaut haben. Es gibt wieder die alten Kulissen. Ja, aber ist denn da noch irgendwer aus dem Original und jetzt sagt nicht, ja, der gezeichnete Pumuckl. Sonst nicht, das heißt Next Generation, aber dass sie die alten Kulissen aufgebaut haben, das ist so ähnlich wie bei Löwenzahn, wo Fritz Fuchs kommt. Dass man sagt, okay, ich gucke mir das mal an, so sieht das hier, hier hat damals mein Onkel. Und dann kommt, der Neffe kommt dann von Franz Eder und dann bleibt Pumuckl wieder an dem Laienbappen. Okay, kurze Frage. Gibt es schon Sneak Peaks dazu? Ja, klar. Also man weiß, wie er aussehen wird? Ja, ja, genau. Und die ganze Serie wird dann, glaube ich, bei RTL Plus oder so erst veröffentlicht. Okay, dann muss ich, ich habe ein bisschen Angst. Also es ist schon mal keine 3D-Figur, sonst wäre es so ausgerastet. Nein, nein, das ist im klassischen Stil. Deswegen dauert das auch so lange. Die drehen das schon ganz lange. Soll ich jetzt Remake eingeben, um es zu finden, oder? Ja. Okay. Meister Eder und sein Pumuckl, Neuauflage. Neuauflage bei RTL. Okay, ich sehe hier den, was sagtest du, der Neffe, Cousin? Neffe, ja. Neffe, ja. Okay, ich hoffe, ich finde weitere Bilder. Ich weiß ja, man Pumuckl auch schon gesehen hat. Ich habe jetzt nur so Bilder von den Kulissen gesehen, von den Schauspielern. Ja, okay, das wollte ich nämlich suchen, aber nein, man sieht ihn nicht. Damit halten sie sich bedeckt. Okay, es kann also tatsächlich noch eine 3D-Figur werden. Das glaube ich nicht. Oh, ich hätte so Angst davor, das wäre so falsch. Ja, das hat ja Heidi, der Film Heidi, hat das ja so oft erlebt. Realverfilmung, dann 3D und hier nochmal Zeichentrick. Also da gibt es ja alles von Heidi. Hast du das jemals gehört, Geschenk? Ja, auf jeden Fall. Jetzt kann man noch mit Bine Maja und Vicky weitermachen. Oh ja, oh ja, oh ja, du hast recht. Und die Schlümpfe und so, wobei von den Schlümpfen hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, aber die anderen Sachen nicht so sehr. Ich fand es ja witzig, das weißt du natürlich nicht, aber die South Park Staffeln haben sich selbst irgendwann entschieden, in den neueren Staffeln 3D-Intro zu machen. What the fuck, sieht das furchtbar aus. Doch, das kenne ich schon, das ist so ein Psycho-Intro. Ja, furchtbar, oder? Also ich meine, das Intro wurde eh Staffel für Staffel immer mehr, man könnte schon sagen, misshandelt. Ja, ja, ja. Überladen. Wie nannten sie es in einer Folge selbst? Irgendwie kaputt geschnitten oder sowas? Keine Ahnung, es ist ganz, 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 ganz schlimm. Und irgendwann haben sie dieses 3D-Dringen gemacht, wo ich mir dachte, also da fehlen ja nicht nur 5 Frames pro Sekunde, sondern das ist ja auch noch, das wäre so ein Fanmake, was alle haten würden und ihr macht es offiziell. Das ist ja gar nichts mehr mit dem Stil, das hat ja gar nichts zu tun damit. Ja. Ja, okay. Ja, also, hier bei Löwenzahn haben wir die Intros noch gar nicht durchgesprochen. Hier hatten wir nämlich wieder das klassische allererste Intro, wo man diese Bild, diesen Bild abfällt, irgendwas mir auffällt hier. Ja. Hier redet Peter nicht über das Intro rüber. Er sagt erst, was er macht, wenn das Lied zu Ende ist. Ja. Achso, ja, okay, gut. Ich habe eine Idee, wie wir die Intros würdigen können. Wir gucken uns alle Intros an, die es gibt. Ich glaube, es sind ja so in der Peter-Zeit so 2 oder 3, vielleicht. Ja, ist nicht viel. 2. Und in der Fritz-Fuchs sind es, glaube ich, 2, oder? Ja, also insgesamt 4 Intros. Wir nehmen als Hausaufgabe, wir gucken die uns an und dann müssten wir selbst uns so Fehlerbilder stellen. Was fehlt in dieser Szene? Hast du dir das genau angeschaut? Ja, okay, ja. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Gebe ich dir irgendwann als Hochgabe. Das bindet dann die YouTube-Community auch wieder gut mit ein. Wobei, du hast ja seit letzter Woche auch das eingeführt, dass man die Bilder angucken kann. Ja. Ja, das werde ich jetzt bald auch übernehmen für andere Podcast-Projekte. Ah ja, okay. Die Idee finde ich ganz gut. Guck mal, nach 100 Folgen haben wir dann doch noch was gelernt. Ja. Das finde ich gut. Das ist auch eigentlich ein schönes Special. Ein kleines Quiz zu den Intros. Das ist ja wirklich ein Wimmelbild in vielen Punkten. Ja. Aber er trägt, glaube ich, keine ganze Folge, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, genau. Wir lassen uns sowas einfallen. Was machen wir eigentlich 120, Julian? Welche Nummer ist das heute? Ich glaube 115 oder 16. Ja, wir haben Zeit, haben wir überlegt. Ja, wir wissen es wirklich. Naja, also Peter und Atze, das möchte CF nicht so gerne machen, weil man das online, glaube ich, so frei verfügbar nicht sehen kann. Aber da können wir auch mit Screenshots. Das ist halt auch keiner kennt, ne? Ja, da können wir auch mit Screenshots arbeiten. Also wir können es halt machen, wir müssen aber wirklich sehr genau detailliert besprechen, was, wie, wann, wo, weil das ist nicht so, wo einer sagt, ja, da habe ich damals alle Folgen, da habe ich alle im Kopf, gar kein Problem. Was auch ein schönes Special für mich wäre, wenn wir die Tomatenfolge nochmal besprechen könnten, weil dann wäre ich nach zwei Jahren doch endlich mal aufgeräumt damit. Und die erste, das ist eigentlich auch eine schöne Sache, wir nehmen uns nochmal drei Folgen vor und geben denen eine neue Chance. Ja, ja. Ja, okay. Das kann man auch machen. Gar nicht so verkehrt. Neufalls recyceln wir unsere eigenen Folgen einfach nochmal. Oder man kann auch mal, ja, reacten ist vielleicht ein bisschen doch ein bisschen lang. Schon gut. Recyceln in Specials würden wir niemals machen. Nein, 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 nein. Auch auf keinen Fall 20 Jahre alte Sachen nochmal wieder aufgeräumt. Okay, in diesem Einspieler kommen natürlich auch tote Gewässer, verschmutzte Gewässer. Ja, wir sehen da wirklich Dosen, Schlamm, Dreck, alles. Und dann natürlich die Überleitung zum Abwasserrohr, das dann einfach in den Fluss reingeschifft wird, was es ja so in der Art und Weise nicht mehr so stark vertreten gibt. Und dann haben wir Peter auch in der Stadt mit einem künstlichen Brunnen. Ich habe leider nicht herausgefunden, wo. Es sieht aus wie alles einfach. Keine Ahnung, wo das ist. Aber süß, dass du es versucht hast. Ich finde das schön, wie er da so wie Hänzchen Kleiner mit seinem Kescher vorbein geht. Und auch denkt, ja, in dem Brunnen hier, da finde ich doch bestimmt ein paar Lebewesen. Nein, natürlich nicht. Ja, es ist dann wahrscheinlich irgendwo Potsdam, Berlin. Aber ich habe das wirklich, ich habe die einzelnen Häuser freigestellt. Die Google Rückwärtssuche gar nichts gefunden. Ja, also das sieht halt aus wie jedes Bürogebäude und diesen Brunnen, diesen viereckigen Brunnen. Vielleicht wird der noch größer. Ich habe wirklich nicht gefunden. Ich habe in Google Maps sogar diese Wasserstellen, ob ich irgendwo so ein viereckiges Stück finde, nichts. Ich bin nicht, ich kenne halt auch Berlin nicht so gut. Alles gut, alles gut. Das tut mir leid. Ich habe versagt. Jetzt kommen wir ja zu einer Sequenz, die muss dir besonders gut gefallen. Peter steht nämlich sozusagen im Bach. Ja, finde ich an sich schön, aber nicht so schön, warum er da steht. Na, wegen den Tierchen. Das mag er natürlich nicht, dass wir da die Schnecken sehen und die Wellen sehen und alles von Nahen sehen. Noch schlimmer, noch schlimmer. Wir sehen eine Schlange. Ja, gut. Das ist für mich der absolute Hoffnung. Aber es wird auch gesagt, dass sie für den Menschen nicht gefährlich ist. Das ist mir egal. Er hat gesagt, ich bin ja zum Glück, bin ich kein Fisch oder sowas, hat er gesagt. Wenn ich ein Fisch wäre, dann müsste ich Angst haben, sagt er. Ja, und das ist ein wichtiger Satz. Behalte den jetzt mal im Hinterkopf. Erstmal möchten wir dann natürlich hier, ich wusste nicht, dass das eine Folge ist, bei der die ganzen Insekten sind. Das wusste ich nicht. Du hast die Folge ja deswegen nicht ausgesucht. Nein, nicht wirklich. Wir sehen natürlich auch wieder einen guten alten Frosch. Und jetzt gehen wir mit so einem Unterwasser-Kuckkasten runter und sehen noch mehr kleine Tiere, was da so kreucht und fleucht. Eklig. Schön, dass du es sagst. Ein bisschen viel auch. Also der Teich wäre für mich nicht als Sommerschwimmteich geeignet gewesen. Überhaupt nicht. Also hier, wer war das? Jasmin, ne? Mag ja diesen Teich auch bei Fritz Fuchs. Das ist ja ihr Lieblingsteich im Sommer. Der war ja auch so eklig. Oh, so viel. Wer geht denn da mit Freilich rein? Nicht mal mit den Füßen, nein. Nee, ich gehe nicht mal mit Gummistiefeln rein. Überhaupt nicht. Aber Peter findet jetzt einen Frosch und denkt sich wie bei der Fledermaus in unserer Folge 3, den hebe ich mir für später auf. Ja. Greift ihn mal am Bein und zieht ihn aus dem Gewässer raus. Hat er ein bisschen Lust auf Froschbeinchen gehabt, ne? Da kann man auch spinnen und sowas, Alter, jetzt gleich vor. Alter, das ist ekelhaft. Aber er hat ja diesen Frosch wirklich. Er hüpft den ja aus der Hand raus. Also Wahnsinn. Ja. Da kennt er nix. Ja, und dieser Frosch hüpft ja auch wirklich ins Wasser. Was bedeutet das? Entweder haben sie wirklich einen Frosch gefangen. Ja. Den sie wieder freilassen. Oder jemand hat gesagt, okay, wir haben hier einen Frosch, den können wir für den Dreh nutzen. Danach ist der halt hin. Der ist dann weg. Der springt dann halt ins Wasser. Den finden wir nicht wieder. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Wie haben sie... Ja, ich meine, das ist jetzt hier eine uralte Fernsehsendung. Ja. Möglicherweise haben die das, haben die den einfach besorgt und dann gesagt, nach uns die Sintflut. Kann ich mir schon vorstellen. Anders geht's ja nicht. Vor 40 Jahren. Die werden jetzt nicht mit dem Team da hingegangen sein, mit allen Kameras. Ne, wartet noch drei Stunden, wir müssen noch einen Frosch fangen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja, eben genau. Was sowas angeht, ist man, glaube ich, damals noch ein bisschen robuster gewesen. Ja. Ich habe mal eine Rechtsfrage. Und zwar, wir wissen ja, in Deutschland ist einfach Angeln überall verboten. Alles sind Privatgewässer und ohne Angelschein geht gar nichts. Das ist im Ausland ein bisschen entspannter. Wie ist denn das so mit Keschern und Tiere einfach mitnehmen? Ja, ist ja wahrscheinlich auch verboten. Ich glaube nicht, dass du mit einem Kescher einfach so und Tiere ohne Grund aus dem Teil Also du meinst jetzt, was im Wasser verboten ist, sollte auch an Land verboten sein. Das würdest du mir jetzt fragen. Was im Wasser verboten ist, sollte an Land verboten sein? Und bei sich einsperren? Ja, das wäre ja schon leid eigentlich. Also sie aus dem Lebensraum rausnehmen. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, wieso, die haben es bei mir doch viel besser. Ja. Ja, aber das sagen auch viele Haustierbesitzer. Der macht auch eher an, dass das verboten ist. Habe ich auch so noch nicht gehört, dass Leute das machen. Da werden wir bestimmt eine fachkundige Meinung bekommen mit Strafgesetzbucheintrag. Zum Beispiel von einem Taucher. Wie zum Beispiel Herr Lehmann? Der mal wieder auftaucht. Herr Lehmann. Da ist er wieder. Ich erinnere mich jetzt natürlich wieder an ihn. Aber dadurch, dass wir es halt nicht chronologisch gucken, ist das für mich sehr abstrakt immer. Du kannst ihn jetzt auch fast vergessen, denn er kommt nur noch ein einziges Mal vor. Denn wir haben den Käfer zu, wer hat die Nacht gesehen und der Apfelwickler. Peter geht dem Apfel auf den Kern. Das waren schon die drei, die wir hatten. Jetzt kommt der Goldfisch und danach sind nur noch die Sumpfblüten Folge 40. Das war es dann. An die Apfelwickler Folge kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, der hat so zwei Titel. Kein Platz für Tiere oder ein Platz für Tiere. Ach so, ah, okay, er ist da. Ja, da geht es um diesen, ach, da ist doch auch dieser ekelhafte Garten mit den Äpfeln auf dem Boden, glaube ich. Ja, 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 ja. Aber man muss sagen, Herr Lehmann ist ein 1A-Tarnkönig. Er hat eine Kopfbedeckung aus Gräsern. Ja. Und ist mit seiner Taucherbrille unterwegs und jetzt mit dem allerneuesten Modell einer Unterwasserkamera. Eine Kamera, die einfach nur vakuumiert in einem Beutel gesteckt ist. Das ist die Technik von 1983, liebe Freunde. Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Aber da hätte ich wahnsinnig viel Angst vor, das mit unter Wasser zu nehmen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du vorgestern, also wir nehmen jetzt am Sonntag auf, gestern den ESC nicht geguckt, ne? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, weil da war der deutsche Beitrag übrigens wieder letzter geworden in Deutschland. Ja, so ein Fall. Erstaunlich. Hey, geht's da gar nicht um Musik vielleicht? Hat er auch ein unglaublich merkwürdiges Outfit an, wo auch hinten am Kopf waren da so Äste oder so komische. Also sieht ein bisschen aus wie der Lehmann hier. Ah ja, okay. Dann sind wir ja tagesaktuell. Ja, auf jeden Fall. Und Lehmann zeigt uns ja jetzt natürlich auch noch ein paar Fotos, die er garantiert geschossen hat, von ein paar Tieren, die er unter Wasser geknipst hat. Ja. Hat er gut gemacht, ne? So ein, der hüpfende Frosch ist interessant. Ja, stimmt, das sieht sehr süß aus. Aber auch sehr, wie ein sehr schmales Tier, der Frosch. Auch wieder eklig, ne? Bäh, glibberig, schleimig. Eklig, Frösche sind keine Frösche. Ich würde mir ja schon mal nicht so eine Kopfbedeckung aussetzen, weil ich Angst hätte, wenn ich die absetze, kommt da noch die Hälfte meiner Fotoporträts raus. Also, ja, genau. Ich hätte auch Angst, dass die Tiere eher sich freuen, dass da mal sowas rumschüttet. Ja, genau, genau. Er macht quasi auf sich aufmerksam, statt sich zu tarnen. Das Wasser ist voller Leben. Wir schöpfen uns einmal ab und jetzt, jetzt kommt's. Jetzt wird's immer kleiner, jetzt wird's immer ekliger, jetzt kommen die ganzen kleinen Tiere. Und er sagt aber auch, das Wasser, selbst trübes Wasser, kann schon sehr, sehr sauberes Wasser sein. Das Problem ist einfach die Unmengen, Millionen an vielen kleinen Tieren, die das Wasser dann so trübe wirken lassen. Das ist wirklich auch besonders eklig eigentlich. Ich liebe Wasser, ich würde gern richtig am großen Meer, Wasser, irgendwas wohnen. Aber der Gedanke, dass das genau so aussieht. Ich schuhe dir grad ein bisschen vor, also, so schlimm hab ich's gar nicht in Erinnerung. Ein paar Tage her, dass ich das geguckt habe. Also, da geht's ja wirklich arg ins Detail. Ja, am besten finde ich jetzt eigentlich den Einspieler über die Stechmückenlarven. Denn das sind die Würmer, die wir hier auch schon häufig erwähnt haben, die in dieser Regentonne immer schwimmen. Die dann so wobbeln, wenn du dagegen kommst, so wobbeln. Aber hier erklärt man in dem Einspieler, warum sie das tun. Weil sie sich da gerade entpuppen und gestört werden. Und deswegen gehen sie dann ganz schnell runter, wenn man das macht. Und das sind auch die Tiere, die Paschulke meinte, als er kein Wasser hatte. Und da hier, das Wasser wurde abgestellt. Er kommt mit seiner Schaumkrone zu Peter und sagt, ich kann nicht duschen. Und geht dann da hier, äh, hier, wie heißt die Folge nochmal? Bei Peter Schäumz. Wo er doch sagt, ih, dieses Regenwasser, damit dusche ich mich nicht. Da sind doch Tiere drin. Ja, genau das meinte ich nämlich. Das sind diese ekelhaften Stechmückenlarven-Dingenskirchen. Da würde ich mich auch nicht mit duschen. Das ist doch widerlich. Ja, du wärst kein guter Kandidat für das Jungle Camp, ne? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich darf niemals einen prominenten Status erreichen, bei dem das relevant wäre. Ja, okay. Wollen wir die Tiere überspringen? Es ist ja nicht mehr viel. Also ich möchte nur sagen, dass dieser Einspieler über die Stechmückenlarven trotzdem sehr interessant war, weil ich jetzt erstmals wusste, was ist das in der Regentonne eigentlich die ganze Zeit? Diese ekelhaften Würmchen da. Und ja, wir können jetzt noch überspringen. Wir bekommen Grashalm mit einem Kokon, einem entschlüpften Püppchen, könnte man so sagen. Ja. Wo halt wirklich ein Insekt rauskam, richtig schön auch anzusehen. Zum Glück musste ich das Tier nicht sehen, das dann daraus sprang letztendlich. So, und dann kommen wir uns am Teich und genießen es auf einmal aus dem Nichts. Ein Froschkonzert. Ja, Peter schläft ein. Von 0 auf 100 ist es auf einmal laut, so laut, dass Peter einschläft. Und jetzt kommt's, Julian, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Leite doch mal ein, was wir jetzt sehen. Du meinst jetzt den Anzug, den Frack? Den Traum, den Traum. Ach so, ja, genau. Also, Peter schläft ein und plötzlich sitzt er da mit Professor Lehmann, beide in so einem Smoking, mit Zylinder in der Hand, sitzen da jetzt wieder, da wo sie vorher eingeschlafen ist. Und jetzt kommen die Frösche, die Fröschen Männer, kommen aus dem Wasser. Ja, es gibt doch so einen kleinen Nebeleffekt irgendwie, das ist sehr, sehr gruselig. Kommen da vier Menschen auch ebenfalls im Smoking an, aber sie haben ein grün-gelbes Gesicht und singen ein quarkiges Lied. Und einer von denen, der dritte von links, der zweite von rechts, ist Hans-Werner Olm. Und diese Frösche in diesem Nebel, in diesem farblosen, kaltem Bild haben mir so viel Angst gemacht. Das ist der Grund, warum es den Realismuspunkt gibt, weil ich vor sowas absolut gewarnt werden möchte. Aber es ist ein Traum, das kannst du nicht einzählen lassen. Das kann ich in der Tat nicht einzählen, aber das ist, das ist, nein, die Ente im Weltall, dieses Froschkonzert, bitte mach das nicht. Ich bin ein Kind, ich werde von sowas verstört. Komisch, ne? Wahrscheinlich denken da, oder haben da die Entscheidungsträger gedacht und die Kreativen, das ist ein bisschen was anderes mal, das ist unterhaltsam. Da kommen jetzt so Leute, so als Frösche getarnte Sänger raus, aber in der Tat, das ist schon sehr gruselig gewesen. Kreativ. Och, die Hände sind ja auch grün, sehe ich gerade. Kreativ, zehn von zehn, cringe. Zehn von zehn. Neugwürdige Mischung. Lied gar nicht so schlecht. Also hat mich auch ein bisschen so an Wise Guys oder Prinzen erinnert. Oder halt auch ein bisschen weiter zurück, die Comedian Harmonists, ne? Ja, ja, genau, stimmt. Ja, immer ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Halle, 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 bumm, 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 bumm. Vom Bariton auf einmal zum Bass geworden. Da macht er einfach dumm, 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 dumm. Filmistisch ist das natürlich super gemacht, weil das Auftauchen der Frösche ist mit so einem kleinen Schnitt versehen, sodass man sagt, so jetzt du auftauchen, jetzt du in Position, jetzt auftauchen. Und dann wurde so geschnitten, dass die auf einmal aus dem Nichts, aus dem Wasser kommen. Und vielleicht hast du es bemerkt, als sie aus dem Wasser ... Das sind sogenannte Filmtricks. Filmtricks, Special Effects. So wie bezaubernde, kennst du bezaubernde Genie? Ja, wie sie auf einmal verschwindet und man sieht, dass der Typ auf einmal ganz anders steht, weil sie dann einfach aus dem Bild gegangen ist. Ja, ein bisschen anders steht er da als vorher. Also das sind genau die gleichen Tricks, die ich auch 1993 mit meiner Videokamera gemacht habe. Ja, ich doch auch, ich doch auch. Oder wenn ich zweimal ein Bild bin, anstatt ein Splitscreen zu verwenden, nehme ich einfach dasselbe Bild und überlagere es. Natürlich bin ich dann nur halb zu sehen. Ja, genau. Ich bin transparent, ja, ja, das ist gar nicht, weiß ich nicht. Oder ich habe dann auch, so ein Freund hat mich dann aufgenommen und gesagt, hm, am liebsten hätte ich jetzt Toffifee, halte ich die Hand so hoch und dann Sekunden später habe ich Toffifee da drin. Oh, bleibst du stehen, bleibst du stehen, ich lege die jetzt in deine Hand. Nicht atmen, nicht atmen und weiter. Oh, da sind sie ja. Ja, genau, solche Videos habe ich auch noch reinweise auf Festplatte. Ja, ich auch. Dann können wir irgendwann nochmal in einer betrunkenen Nacht, können wir uns die zusammen vorspielen, aber auch sonst niemand anderem. Ja, ich, oh Gott, ich habe einiges an Gigabyte. Da bin ich so 13, 14, 15, habe ich auch schon geschnitten, die sind schon fertig, aufbereitet alles. Achso, nee, bei mir ist das nicht einfach vorbereitet. Aufbereitet auf keinen Fall, ich habe nur irgendwann mal die ganzen Home-Videos digitalisiert. Okay, okay, okay. Worauf ich hier zu sprechen kommen möchte, ist nämlich danach, kommen sie aus diesem Wasser raus, ne? Und diese Szene ist rückwärts abgespielt, damit sie trocken aus diesem Wasser rauskommen. Das heißt, sie gehen eigentlich rückwärts ins Wasser rein, sie spielen es aber rückwärts ab, sodass sie vorwärts rauskommen und trocken sind. Sieht man natürlich anhand des Verhaltens vom Wasser, aber gut gemacht. Ja, gute Idee. Auf jeden Fall, auf jeden Fall richtig gut gemacht. Würde man das Wasser nicht sehen? Würde ich glauben, auf jeden Fall. Das Froschkonzert, wie hat es dir denn gefallen so? Ja, als Lied ganz gut. Okay, okay. Und wenn du jetzt so, nehmen wir mal hier den Marienkäfer Patrick mit dieser Aufführung, ja? Du wärst jetzt, angenommen, du wärst jetzt eingeschlafen, wachst auf und siehst das. Wie würdest du reagieren? Ja, das ist, es ist verstörend. Danke. Es ist natürlich verstörend. Aber du, du sprichst ja, es gibt ja keinen Podcast, wo ich auftrete, wo nicht einmal das Wort Sesamstraße fällt. Und auch da gab es wirklich so viele Szenen, wo du sagst, das ist, das, das hier ist eigentlich noch harmlos. Okay, gut. Also ist das überall so? Ja, das ist halt damals das Kinderfernsehen gewesen. Hm, verstehe. Aber es ist auch die realistische Abbildung eines Traums, denn auf einmal ist nur noch ein Zylinder da, wo Herr Lehmann saß. Gruselige Musik tönt ein, Peter nimmt den Zylinder ab, darunter ist ein Frosch. Ja. Und Peter glaubt, in dieser Welt stimmt etwas nicht. Und er wacht auf. Das ist realistisch. Genau, das ist so, wie sieht es ihm aus. Ich hätte es der Serie auch zugetraut, dass er aufwacht und es wäre in seinem normalen Outfit. Herr Lehmann ist weg, aber ein Zylinder noch da. Das wäre auch möglich gewesen. Ja. Also so geht es ja noch. Ja, in der Tat. So hat man zumindest erklärt. Das ist ein Traum und nichts davon ist jetzt wirklich geschehen. Naja, jetzt fängt das Froschgüttkonzert eigentlich an, heißt es. Jetzt kommt es doch erst. Ach nee, da sind Stechmücken. Nee, lass doch nach Hause gehen. Ja, jetzt ist Trude wieder da. Und sie hilft jetzt mit ihrem Rad. Sie hat einen Anhänger an ihrem Fahrrad und ein wahnsinnig hübsches Outfit an. Eine gestreifte Bluse oder sowas. Farbenfroh. Farbenfroh. Und sie hilft jetzt Peter quasi sein Aquarium auf dem Tandem. Sie fahren wieder immer der Nase nach zu transportieren. Genau, genau. Denn jetzt geht es erneut zu diesem See und wir fahren immer der Nase nach am Wald entlang mit diesem Aquarium, das so halb aus dem Kasten hinten rausguckt. Ich habe es schon auf der Straße gesehen, ehrlich gesagt. Aber gut, es gibt jetzt ein Picknick. Ein Picknick. Also was jetzt passiert, wenn man die Folge nicht gesehen hat, würde man das nicht glauben. Also Peter will ja eigentlich dem Fisch, ja, bei den Fischen ihren natürlichen Lebensraum zurückgeben. Er möchte sie am liebsten aussetzen. Jetzt fragt man aber, wieso benehmen wir das Aquarium mit? Die fahren jetzt ja mit dem Aquarium zu dem Tümpel. Und man könnte ein Picknick machen und die Folge wäre zu Ende. Oder man könnte sich ins Aquarium setzen und damit über den Tümpel schwimmen. Denn so kann man ja unten alles sehen. Das ist ja wie so ein U-Boot, was unten da noch so Gucklöcher hat. Genau, das ist ja auch keine andere Möglichkeit. An sich ja gar nicht verkehrt. Aber das Problem ist, das Ding schwimmt ja nicht. Er schwimmt ja nicht damit raus, sondern er geht dahin, wo er eh reingucken kann auf dem Boden. Es macht halt so keinen Sinn. Es ist eine schöne Idee. Umsetzung eins von zehn. Ja, und ist das nicht auch unrealistisch, dass das so hell ist? Sollte es nicht total dunkel und unklar sein? Naja, dass es unrealistisch ist, was wir jetzt hier für eine Szene bekommen, in dem man sieht, dass da ganz viele Goldfische sind und Peter dahinter. Da sieht man, also das ist quasi invertiert. Da sind die Goldfische und Peter ist hinter dem Aquarium eigentlich und nicht in dem Aquarium. Ja, stimmt, ja. Aber was ich natürlich realistisch finde, ist, dass Trude jetzt schon wieder alleine frühstücken muss, wie einst schon auf dem Dach, wo Peter Trude eingeladen hat und dann einfach schlafen gegangen ist. Eine Sekunde später, okay, ich bin jetzt auch müde, willst du noch zu Ende frühstücken? Wurde sie alleine gelassen und jetzt schon wieder beim Picknick, wurde sie schon wieder alleine gelassen. Ach, das ist eine einseitige Freundschaft. Wenn ich jetzt hier gerade den Abspann durchsehe, da steht ja nur, da steht nur an dieser Sendung, haben mitgearbeitet und dann alle Leute durch und da wird kein Unterschied gemacht, welches Gewerk da bedient wird. Es sind einfach alphabetisch die Leute durchgenehmt. Ja, so weiß man auch, wer die Libelle gespielt hat, nämlich eine Pianewski. Und mehr wird man niemals erfahren. Karl-Heinz Käfer, auch damals schon beteiligt. Ja, das war die Folge, war jetzt nicht so schlecht. Also wir sind natürlich jetzt sehr weit abgekommen vom Thema, weil ich glaube, man könnte das auch locker in fünf Minuten besprechen. Aber das ist auf jeden Fall eine Folge, die ich jetzt nicht nochmal gucken werde. Dein altes Fernsehen. Ja, ja. Ich möchte noch zum Abfluss auf einen Punkt zu sprechen kommen. Ich habe ja gesagt, bitte merkt ihr den Satz, gut, dass hier mein Max, so hieß der Goldfisch, der hätte ja Angst, hier gefressen zu werden. Und was passiert jetzt am Ende der Folge? Wir setzen ihn da doch aus. Ja. Es ist so großartig. Oh mein Gott, nein. Warum? Warum? Ich habe Angst um diesen Fisch, dass der hier nicht überlebt. Ach komm, wir probieren es. Tschüss. So. Und wird wieder reingekippt. Einfach wieder abmarschen. Es ist ein Sinneswandel, er hat dann erkannt, dass es doch besser ist für ihn. Ja, fressen und gefressen werden, lieber gefressen werden, als noch weiter bei diesem sterilen Aquarium am Bauwagen zu leben. Das war die Folge und sie ist kurz und knapp, sie ist klein, sie ist süß und wir gucken mal, was sie zu bieten hat. Lerneffekt. Tja, sieben. Ich habe acht. Ja. Okay. Kein großes Thema, probiert alles zu sagen, was man sagen wollte. Wahrscheinlich ist acht sogar richtig, aber es ist schon sehr viele Tierbilder drin sind. Ja, gut. Was nimmst du unter ein Goldfisch, ist nicht gerne allein, was erwartest du an Lerneffekt, ist halt die schwierige Sache. Goldfische? Auf gar keinen Fall. Darüber wird nicht viel erzählt. Über Fische generell? Nein, überhaupt gar nichts. Naja, über Tiere im Allgemeinen kann man mitnehmen, kann man lassen. Wie sieht es hiermit aus? Realismus. Tja. Naja, also, ähm, puh, schon. Also der Traum muss weg. Wahrscheinlich auch sieben. Ich habe neun. Also es, ob du jetzt einen Goldfisch findest, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ob Trude immer ein Aquarium abzugeben hat, weiß ich nicht. Kann ja alles sein. Es ist doch so, kann alles sein. Ja. Er geht noch nicht mal an einen verbotenen Teich und wird angemeckert. Dass Herr Lehmann da rumschwimmt, ja, vielleicht kenne ich ihn, war ich 83 auf der Welt. Nein, nein, neun. Vielleicht irgendwo ist da bestimmt ein böser Punkt, den man abziehen kann. Ja, ich sage dir jetzt beim nächsten Punkt, warum ich so streng bin. Okay, los geht's. Unterhaltung. Soll ich erst mal anfangen, bevor du... Überhaupt nicht meine Folge. Ja, mach du mal lieber. Okay, dann musst du dich vielleicht gar nicht groß rechtfertigen, dass ich eine 4 gebe. Denn das ist einfach eine stumpfe, kleine Folge. Die kann man sich geben, aber viel, viel ziehst du da nicht raus. Boah, ich habe sogar jetzt erst selten, dass ich so streng bin. Ich habe eine 3 aufgeschrieben. Okay. Also ich fand die Folge wirklich, wirklich, wirklich langatmig. Also ich habe wirklich, beim ersten Mal habe ich gedacht, naja, gucken wir mal, wie weit es schon ist. Und dann drücke ich, ich habe jetzt auf dem Sofa geguckt, drücke ich auf Stopp, dann sehe ich unten, wie weit ich schon bin. Dann war ich jetzt bei 10 Minuten. Also ich würde sagen, wirklich, wirklich langatmig. Und es ist schon irgendwie alles Mögliche drin, aber habe ich gar nicht abgeholt. Und das hat auch dazu geführt, dass ich auch bei den anderen beiden, könnte man wahrscheinlich auch 9 oder 10 geben bei den anderen beiden Rubriken. Aber nee, da dachte ich, naja, das ist auch nicht so doll. Okay, langatmig habe ich sie nicht im Kopf, aber einfach nur brauche ich halt nicht nochmal gucken. Und es gibt halt auch den Moment, in dem ich sie jahrelang gemieden habe, weil ich Angst hatte, das wieder zu sehen mit diesem Froschkonzert. Es sind halt Kindheitstrauma, die du... Ach, das Froschkonzert. Eigentlich, in der Tat, hast du recht, sollte das was für mich sein. Aber nee, hat nicht geklappt. Ist okay, ist gar kein Problem. Platz 38, nee, sorry, 38 Punkte, Platz 74. Ja, irgendwo hinten in den Wicken. Ja, ja, ja. Bleibt die Folge versteckt. Ich habe einiges vorzulesen, ich werde ein bisschen was aussuchen. In der Rubrik... Feedback. Ding, ding, ding. Das ist übrigens für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, die Original-Klingel von Klaus Dieter. Correcto mundo. So, Benedikt Hakegroth. Ja, ich kann den ganzen Namen lesen, denn er steht so bei YouTube. Hat geschrieben, hallo ihr beiden. Also, bezüglich des Podcasts über die Dinos, wollte ich euch nur mal schreiben, was ich auch schon darüber nachgedacht habe, so einen Podcast zu starten. Aber bislang fehlte mir da der entsprechende Gegenpart. Potenzial hat das Ganze aber schon. CF, ich fange jetzt bald schon wieder einen Podcast an. Möchtest du denn vielleicht dem Benedikt beiwohnen? Ich höre, das ist der Grund, warum ich es nicht mit dir mache und nicht mit jemand anderem, der es auch schon angeboten hat, ist, dass ich mich dem nicht gewachsen fühle. Und auch zeitlich natürlich. Aber ich fühle, nein, überhaupt nicht. Du kannst ja so rangehen wie hier bei Löwenzahn, dass wir sagen, wir wollen dich durch das Theater. Also, nee, wenn ich jetzt was mache, dann ist das keine Bauwagenkopie. Dann sollte das was anderes sein. Hat auch keine Rubriken oder sowas, sondern ich würde auch die Folge nicht besprechen. Ich würde ganz knallhart bei den Dinos eher sagen, was ist das Thema, was uns vermittelt werden soll und darauf gehen wir jetzt ein. Und wie wird das über die Dinos rübergetragen? Versteht das ein Mensch? Versteht man die Metapher? Versteht man die Verbindung und sowas? Da würde ich eher in die Richtung gehen. So eine einfachen Folgenbesprechung auf gar keinen Fall. Das sind die Dinos. Das sind 65 Folgen. Das hast du in einem Jahr durch und das muss perfekt sein. Verstehst du? Naja, genau. Wahrscheinlich. Hier haben wir 400 Folgen. Da können wir mal sagen, ja, die eine oder andere. Plus kommen immer noch welche dazu. Hier können wir mal sagen, naja, die eine oder andere, die besprechen wir jetzt einfach nur. Sagt uns nicht zu. Kriegen wir keine Funfacts raus. Interviewpartner leben alle nicht mehr. Da muss quasi jede Folge eine eigene Wikipedia darstellen, die du dann da mit quer verweisen, am besten auch noch recherchieren. Wieso haben sie das Thema zu der Zeit genommen, weil das war vielleicht auch politisch ein Thema und so weiter. Da musst du dann auch ganz viel in den amerikanischen Fanforen und Seiten rumwühlen. Da ist, glaube ich, auch nicht viel dem Zufall überlassen worden bei der Produktion, die Dinos. Da, ja, Benedikt Hakegroth, bitte sag uns, wenn es soweit ist, ich werde es abonnieren. Du kannst es eigentlich nicht so wirklich versemmeln. Ich habe nämlich gestern Abend einen Podcast gefunden zu ALF und die haben aber jetzt aufgehört. Und ich habe mir Folge 98 angehört und 100 Folgen haben sie gemacht. Und Folge 98 war ein Quiz. Und ich dachte, naja, wenn die jetzt die ALF-Fans, die ALF-Nerds, wenn die sich jetzt gegenseitig ein Quiz stellen. Und dann war da einfach nur die Frage dabei, wie hieß die Katze von ALF? Und also das war, also die beiden da. Nach 98 Folgen vor allem. Einer oder eine heißt Kalle von den beiden, die das da gemacht haben. So übelst schlecht. Also die haben offensichtlich gar kein Herz in diesem Podcast gehabt. Gut, dass der vorbei ist. Mach doch auch mal einen ALF-Podcast, da hätte ich auch Bock, den zuzuhören. Du schießt aber ganz schön. Ja, manchmal erkenne ich aber auch wirklich einfach den Wert, den wir hier mit dem Bauwagen geschaffen haben, wenn ich sehe, wie viele Idioten einfach für irgendwas einen Fan-Podcast machen. Und offensichtlich gar keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, wirklich. Also man muss vielleicht nicht so ganz krass mit dem Anspruch machen, den du jetzt gerade an die Dinos-Podcast gestellt hast. Aber so lieblos wie den ALF-Podcast, so hingerotzt, brauchst du es auch nicht machen. Halleluja. Ist ja schon vorbei. Grüße. Nee, nee, nee. Lasst es besser bleiben mit dem Podcast, das ist nicht euer Ding. Das war die Stimme Julian, ich bin die Stimme CF und ich habe nichts gesagt. Ich bin Beifahrer, ich habe hier kein Lenkrad. Nee, genau. Julian plus eins. Dann haben sich wieder Leute Sticker bestellt. Ich habe übrigens noch einige, wenn ihr wollt, meldet euch doch bei mir auf WhatsApp 0151 18442394. Sagt auch gleich, wie viele ihr haben wollt, ich schicke die dann alle raus. Dann hat sich Ronny Krüger gemeldet zu unserer Frage nach der Toilette. Die sieht man nochmal in der Folge 309, passt mit dem Titel Kanalisation. Stopp. 309 ist Fritz Fuchs. 309 ist Fritz Fuchs, ja. Und der hat ja. Wie geht der denn auf Toilette? Ja, der hat doch ein Badezimmer, da ist ja eine Toilette. Ja, aber dann müssen wir uns die Folge angucken. Ja, aber ich denke, dass der Kloschrank ist, ich meine. Vielleicht hat der Ronny Krüger das auch falsch verstanden. Vielleicht hat er, wir interessieren uns generell für Toiletten. Ja, wenn sie sprechen, sind sie unsere Liebsten. Ja, genau, richtig. So, dann hat sich der Lars nochmal gemeldet. Hallo Julian, hallo CF. Letzte Woche habe ich es endlich geschafft, alle eure Podcasts mindestens einmal durchzuhören. Wir haben Januar gestartet und querbeet angehört. Okay. Habe aber zuvor immer die jeweilige Folge geschaut. Wenn es beim Zocken nebenbei angehört oder auch beim Frühstücken, es waren insgesamt alles wunderschöne Folgen. Erstmal ganz großes Respekt dafür. Jetzt habe ich aber natürlich eine Quizfrage an dich, nämlich, wie heißt die Katze von Alten? Ich wusste das. Das war naheliegend, oder? Das weiß er. Ja, wie heißt die eine der Katzen? Das zarte Nilpferd, pass auf, jetzt kommt was für dich, hat geschrieben, mal was anderes. Heute wurde bei Pete's Meet ein Video hochgeladen, in dem die Jungs anhand der zehn bestbewertesten Folgentitel, wohl von IMDB, eine Serie erraten sollten. Löwenzahn war auch dabei. Welche Folgen allerdings ganz oben landeten, hat mich nicht nur verwirrt, gerade Nummer eins, sondern es deckt sich auch überhaupt nicht mit unserer Tabelle hier. Auf Platz eins mit 9,7 von 10 die Folge lauter alte Schachteln. Ja, also wir müssen jetzt natürlich bei uns nur die Unterhaltung nehmen. Das ist ja bei IMDB dann der wichtige Punkt. Lauter alte Schachteln haben wir mit 8 und 10 bewertet in der Unterhaltung. Okay, dann auf Platz zwei der Unkrautgärtner. Ja, da haben wir glaube ich nicht gut bewertet. Da haben wir 8 und 7. Auf Platz drei, Peter geht auf Pilzsuche. Oh Gott, da gab es jetzt mehrere Pilzfolgen. Ja, das wird wahrscheinlich die krepige sein. Ja, auf Platz vier, die Folge haben wir noch nicht besprochen, nur ein Tropfen Öl. Ja, gut. Ist das die mit dem Elektroauto, die immer durch alle ... Das ist die, die jetzt endlich mal wieder gesendet wurde nach Jahrzehnten. Auf Platz fünf ein neues Zuhause, ja, das ist alles falsch hier. Ja, aber auf Platz sieben immerhin die Ess- und Fressgeschichte. Moment, ein neues Zuhause ist die zweite Folge, ne? Das ist einer meiner Lieblingsfolgen, die ich trotzdem nur 9 gegeben habe und du 8. Na gut, aber die erste Fressgeschichte ist auch dabei, aber man bezieht sich hier, wenn ich das so sehe, offensichtlich wirklich dem ganz, ganz alten Spektrum. Na gut, Leute, die die ... Ess- und Fressgeschichte 10, 10, ne? Also, ist gar nicht so falsch, ist ja nicht so falsch. Okay, ja, aber gut. Aber dass die Vulkanfolge da nicht auftaucht? Die ist nicht dabei, ne. Ja, das ist unrealistisch. Dann haben wir noch Peter Schöpzig, Briefpapier, kennen wir noch gar nicht. Eine Insel im Kornfeld, kennen wir noch gar nicht. Ohne Hammer geht es nicht, kennen wir noch gar nicht. Peter nutzt die Sonnenkraft, kennen wir noch gar nicht. Okay, also die Vulkanfolge ist ja eigentlich ... Oder die Rattenbraut ist ja auch auf DVD erschienen. Ja, ja, stattdessen ist hier halt der Unkrautgärtner drin. Also Leute, die die IMDb mit Daten füttern, sind offensichtlich jetzt schon noch älter, als wir beides sind. Ich meine, die IMDb, die ist ja auch sehr, 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 sehr an Community-Hate und ähnliches. Also ich sage nur der Filmkartoffelsalat. Ja, man kann ja halten davon, was man möchte. Aber einfach nur aufgrund dessen, dass sie sich an die Community richtet, die sehr groß ist und gesagt wird, ey, wir machen jetzt hier einen Flashmob. Das wird der schlechteste Film aller Zeiten. Bitte bewerte den unfassbar schlecht. Sieht ja, was das für einen Ausmaß haben kann. Ja, muss man jetzt vielleicht kurz erklären. Der Filmkartoffelsalat ist aus einem YouTube-Projekt entstanden von dem YouTuber Fresh Torge, der hat zusammen mit vielen Prominenten dann plötzlich einen Kinofilm gemacht und der ist jetzt nicht unbedingt vom Feuilleton gelobt worden. Nee, und vor allem dadurch, dass ja alle Prominenten, wie du sie nanntest, auch Communities haben. Wurde natürlich, also das ist ja, das ist ein Flashmob. Ich glaube, Otto hat da mitgemacht, ne? Otto ist, glaube ich, der einzige wirkliche Prominente darin, ja. Ja, pass auf, dann geht's weiter. Dann hat sich noch, ja, Rattelschneck zu Wort gemeldet und hat gesagt, hinterm Bauwagen, damit könnte ja auch der Bauwagen von Mr. Richfield gemeint sein. Das ist ein Campinganhänger, oder? Ist das ein Bauwagen? Na, ich weiß es gar nicht. Da will ich auf jeden Fall nicht dahinter sein. Das ist klar, auf gar keinen Fall. Dann wäre er bald im neuen Podcast, oder? Auf jeden Fall, er ist ja schon selbst hinter dem Ding, weil die Figur hat ja keine Füße. Ja, genau. Die einzige Figur, die Füße hat, ist deine Fake-Figur von Herr Richfield. Ja, stimmt. Aber die habe ich nicht. Die habe ich nur bei Ebay gesehen. Sehr teuer geworden, leider. Ja. Und Enrico hat noch gesagt, ich muss mal kurz hüsten. Obwohl, ein Frosch immer jetzt. Enrico hat noch gesagt, es wäre besser gewesen, wenn man, letztes Mal haben wir ja die Folge besprochen mit dem Daumenkino. Und wenn man sich den Teil mit dem Filmstudio und Herrn Paschulke im Barbarenkostüm gespart hätte und stattdessen ein bisschen tatsächlich mehr auf das eigentliche Thema Film und wie Bilder laufen lernen sich konzentriert hätte. Ja, das ist der ganze Unterhaltungseffekt weg. Das ist eine gemischte Folge aus drei bestehenden Löwenzahn-Folgen. Ja, es ist ein Kuddelmuddel. Ja. Ich, apropos Kuddelmuddel, darf mir jetzt wieder was wünschen für nächste Woche. Und du hast dir was gewünscht und das wünsche ich mir auch. CF hat vor ein paar Tagen, oder war es gestern, gesagt, wollen wir den Till nicht mal wieder einladen. Ich also lade den Till ein. Ich, den Till gefragt, wünschst du dir auch eine Folge? Till mir eine Folge. Gesagt, er ist nächste Woche dann bei uns zu Gast. Bist du gespannt? Ja, ja. Es wird eine Folge aus der elften Staffel, also Mitte, Mitte Peters Mitte sozusagen. Es wird die Folge 95, warum auch immer, Peters Bühnenzauber. Hab noch nichts darüber gelesen. Lass mich überraschen, werde sie jetzt erstmal gucken, ohne mir den Pressetext vorher anzugucken. Wow. Und dann schauen wir mal, was das für eine Folge ist. Der Till hat aber auch geschrieben, als ich ihn gefragt habe, such dir mal eine aus, hat er gesagt, oh, gar nicht so leicht. Ja, das haben wir jede Woche, das Problem hier, Till. Also, ich verstehe es wirklich nicht, weil ich habe dir ja schon so ein Guess mitgegeben, was er tippen wird. Und ich habe ja gesagt, er lässt die Puppen tanzen, weil er das irgendwie schon ein paar Mal erwähnt hat, dass er die Folge 126 hier gerne möchte. Die 95, die hat er doch noch nicht ein einziges Mal erwähnt. Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Okay. Aber er ist ja zumindest ganz grob dann artverwandt. Also Bühnenzauber, das klingt zumindest nicht nach Fröschen. Nee, aber das war er noch nie, das hast du noch nie gesagt. Aber ich bin, das ist für mich jetzt auch neu, dass du, das ist eine Überraschung für mich. In der Tat, ich habe gestern nochmal irgendwie, glaube ich, oder wann auch immer nochmal nachgefragt. Und du hast dich schon direkt darum gekümmert und er ist da. Das ist eine Überraschung für mich. Ja, weil bis vor zwei Minuten war ich noch auf einem anderen Stand. Vielleicht erinnerst du dich, letzte Woche hast du gesagt, naja, ich nehme mal Fritz Fuchs wieder. Da habe ich gesagt, ja bitte, nimm mal eine Fritz Fuchs-Folge, die du thematisch auch möchtest. Nicht mit Prominenten, nicht mich ärgern, sondern einfach nur, die du dir wünschst. Und jetzt kommt das. Ja, ich mag ja auch Folgen mit Gästen, weil ich nicht mehr gehabt. Und Til ist jetzt, glaube ich, dann zum dritten Mal bei uns. Ich freue mich. Ja. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Genau, nächste Woche Montag geht es eine schöne Abmoderation. Wir freuen uns, schauen wir mal, was wird mit einer weiteren Folge. Nächste Woche ist dann schon der 22. Mai. Und ja, ist noch irgendwas, kann ich noch jemanden grüßen? Alles Gute zum Montagtag heute. Und ich glaube, jetzt ist in naher Zukunft auch schon Vatertag. Alles Gute zum Vatertag. Ja, ist das jetzt am Donnerstag? Äh, alles Gute. Ich habe keine Ahnung. Das ist die Himmelfahrt, der offizieller Feiertag, oder? Ja, ja, genau. Das ist der doch dann, oder? Das wird ja sein. Es lohnt sich, einen Brückentag zu nehmen am Freitag. Nee, mach das nicht. Mach das nicht. Habe ich noch nie so viel am Hut gehabt. Nein, mach das nicht. Nicht den Brückentag nehmen. Erstens mal, ihr könnt sowieso nicht reisen. Hotels sind überteuert, Bahn ist überteuert, Auto, seid nur im Stau. Nicht die Brückentage nehmen. Das ist ein garantierter, ruhiger Arbeitstag. Ihr könnt dort entweder eure Nuggets chillen. Das stimmt. Oder Urlaub nehmen, wenn andere arbeiten. Genau, genau, genau. Oder aber, ihr könnt dort mal wirklich arbeiten. Und zwar das, was ihr schon immer mal irgendwie gesagt habt. Ja, wenn mal Zeit ist. Also, nehmt da auf keinen Fall. Das ist ein richtig guter Tag. Ich bin ja am Freitag und am Samstag in Hamburg. Also, ich bin ja sowieso auf Reisen. Also, ich arbeite vorher aber noch ganz normal. Hast du noch ein günstiges Ticket bekommen? Das ist schon lange gebucht. Diese Termine stehen ja schon lange auf. In Hamburg ist irgendwie Messe oder sowas, ne? Ähm, keine Ahnung. Gut möglich. Ich gehe nicht raus. Habe ich gehört. Doch, wir gehen zusammen am Samstag raus. Ach, echt? Aber du hast auch noch, glaube ich, so frühmorgens gesagt, ne? Ja. Ach du meine Güte. Zehn Uhr, frühmorgens. Ja, klar, kein Problem. Jetzt will ich ja an halb neun aufstehen oder so. Ja. Wer wissen will, was wir da treiben, das muss dann, ich weiß, du machst ja nicht so viele Instagram-Stories, ne? Da müsstest du mir auf Instagram folgen und dann am Samstagmorgen auch mal vorbeigucken. Okay. Alles klar. Äh, ja, freue mich. Oder deinen nächsten Podcast hören von Ununterbrochen. Ach, darf ich das? Ja, klar. Ach, cool. Dann ich stecke dir mein Mikro dran. Das ist ja bewusst, ne? Ja, kein Problem. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen, jeden Tag ein Apfel essen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Julian, aber wenn du nur mal die Füße reinhältst, da ist doch nicht so viel Leben. Was ist denn? Ich will noch einen Realismuspunkt abziehen jetzt. Ist ziemlich eklig, ja. Also so viel Leben ist da nicht, aber mir noch zu viel, CF. Ich möchte wieder einen Realismuspunkt drauflegen. Und Quark. Und Quark.